Und MMT zerlegt die unsichtbare Gefahr. Wir hatten ja schon auf den ersten Teil vom Video des Blocktrainers reagiert. Nun folgt die Reaktion auf den zweiten Teil, wo Roman Rea die moderne monetäre Theorie kritisiert. Die Banken steuern die Geldmenge, die bösen Banken sind es oder die guten Banken, wie auch immer man sagt. Aber Sie sagen ja eben, es wäre ein Prozess, der im Markt sich ergibt und das ist eben nicht wahr. Doch. Also die Banken steuern die Geldmenge, indem sie Geld aus dem Nichts erschaffen. Das gilt für M1 bis M3 auf jeden Fall. Weil die Banken mit Realgeld operieren, was sie in beliebiger Menge schaffen können. Also doch, das stimmt. Die Banken schaffen Geld. Die Zentralbanken geben den Banken den Handlungsspielraum vor. Punkt. Ja, natürlich. Die Zentralbank bestimmt die Zinssätze. Aber die Zentralbank steuert nicht die Geldmenge. Also es ist hier eben eine völlig verquere Weltsicht, wenn man das so will, in überprüfbar. Ludwig von Mises sagt... Es gab, also jetzt sind wir wieder bei dem Punkt aus dem ersten Teil. Ich dachte, wir würden jetzt auf ein anderes Thema umschwenken. Aber hier hat er jetzt nochmal was zum Punkt aus dem ersten Teil gesagt. Die Zentralbanken steuern nicht die Geldmenge. Die Zentralbanken steuern den Zinssatz. Er behauptet jetzt, die Zentralbanken würden die Geldmenge steuern. Nein, die Zentralbanken steuern nicht die Geldmenge. Die Geldmengeentwicklung ist allen Zentralbanken egal. Es gab mal die Idee des Monetarismus, dass die Zentralbanken die Geldmenge steuern sollten. Dass es bestimmte Geldmengenziele geben sollte, nach denen die Geldmenge steigen dürfe. Haben alle Zentralbanken auf dieser Welt aufgegeben, weil sich damit keine Geldpolitik machen lässt. Denn wenn man eine feste Geldmenge hätte, dann würde bei einer ständig schwankenden Geldnachfrage ständig der Zins schwanken. So ist moderne Geldpolitik nicht möglich. Also dann hättest du morgens einen anderen kurzfristigen Zins als abends. Also dann hättest du auch ein viel höheres Zinsänderungsrisiko, was eingepreist werden müsste. So funktioniert Geldpolitik nicht. So hat sie in den letzten 300 Jahren nie funktioniert. Also er hat ja jetzt auch keinen Beleg gebracht, sondern Zitat in der EZB, wo die EZB sagt, ja wir machen Geldmengensteuerung und Zinssteuerung. Wir machen also beides, was nicht der Fall ist. Also die EZB hat ein Geldmengenziel, ja, aber das ignoriert sie regelmäßig. Also die EZB macht Zinssteuerung wie alle anderen Zentralbanken auch. Es gibt nur dieses Gespenst des Monetarismus, an das manche Zentralbanken früher mal meinten, sich halten zu müssen. Die EZB hat immer noch ein Geldmengenziel, das aber in der realen Geldpolitik keine Rolle spielt, weil Geldpolitik so eben nicht funktioniert, noch nie funktioniert hat. Er sagte, man darf die Folgen der Deflation nicht mit den Folgen des auf die Beendigung des Aufschwungs folgenden Anpassungsprozesses zusammenwerfen. Dieser wird durch die Beendigung der Kreditausweitung ausgelöst, auch wenn die Geldmenge nicht verringert wurde. Und das ist mit das Allerwichtigste, weil Mainstream Öko... In unserem Geldsystem führt eine Ausweitung der vergebenen Kredite zu einer Ausweitung der Geldmenge. Da Banken Geld aus dem Nichts erschaffen und damit Kredite vergeben. Also in unserem Geldsystem stimmt das nicht mal. Es sei denn, Mises bezieht sich hier auf die Geldmenge M0. Also das ist wahrscheinlich kein Konzept, in dem Mises gedacht hat, aber in der heutigen Terminologie müsste er sich auf M0 beziehen, damit dieses Zitat überhaupt Sinn ergeben würde. Ökonomen und M.M. Thieler sehen Deflation als den absolut großen Feind. Sie sagen, da werden keine Investitionen mehr gemacht, die Wirtschaft bricht in sich zusammen. Das ist das große Problem. Das ist aber, so wie Ludwig von Mises eben sagt, nur ein Effekt, der dann stattfindet, wenn vorher künstlich die Wirtschaft aufgebläht wurde und diese... Es gibt nur künstliche Wirtschaftsaufblähungen. Es gibt nichts anderes. Also künstlich, damit meinen Vertreter der Österreich in Schule, wenn der Staat die Geldmenge erweitert hat. Also... Ja, so funktioniert Kapitalismus. Die Geldmenge wird ständig ausgeweitet. Jeder Goldstandard, den wir bisher im Kapitalismus hatten, ist früher oder später zusammengebrochen, da die Geldmenge immer stärker ausgeweitet wurde als die Goldmenge. Es gibt im Kapitalismus, also nach dieser österreichischen Definition, wenn ich sie richtig verstehe, nichts anderes als künstliches Wirtschaftswachstum. Also das, was Roman Reha als Alternative vorschlägt, ist eine komplett statische Wirtschaft, die eben nicht wächst, wo die Geldmenge nicht steigt. Und ja, wenn man kein Wachstum hat, dann braucht man auch keine steigende Geldmenge, weil man dann keine steigende Kreditnachfrage hat, die aus dem nichts geschaffenen Geld befriedigt werden muss. Das künstliche Aufblähen plötzlich zum Erliegen kommt. Er führt hier einen normativ positiv besetzten Begriff ein, diesen angeblichen Normalzustand, und sagt nicht mehr, was dieser Normalzustand sein soll. Den gibt es nicht. Die Reaktion, die wir danach sehen, indem dann nämlich am Ende die Normalisierung eintrifft und das ganze Künstliche wegbricht, das ist dann meistens ein ganz harter Effekt. Und je länger dieses Aufblähen vorher, dieses künstliche Aufblähen war, desto härter wird dieser Fall zurück in die Realität. Und das ist das allergrößte, schlimmste Problem. Und das ist dann auch das, was heutige Manstream-Ökonomen als diese Deflationsspirale bezeichnen, die aber in Wirklichkeit, wenn wir wirklich einfach eine Wirtschaft aufbauend auf hartem Geld haben, niemals da ist. Das würde ja dazu führen. Kompletter Unsinn. Also so hartes Geld hat es in der Form niemals gegeben. Immer wenn man versucht hat, die Ausgaben in der Rezession zurückzufahren, immer wenn man versucht hat, in der Rezession die Löhne zu senken, also eine deflationäre Politik gemacht hat, hat das auch zur Deflation geführt. Also ein gutes Beispiel ist ja die Große Depression. Da fand ja weder in den USA noch in Deutschland ein sonderlich großer Boom statt. Also die Wirtschaft ist nicht überdurchschnittlich stark gewachsen. Okay, in den USA, da gab es eine veritable Blase an der Wall Street. Das könnte man jetzt tatsächlich argumentieren. Aber in der Realwirtschaft gab es jetzt keine Vollbeschäftigung. Es gab keine hohe Inflation. Also es gab keinen Hinweis darauf, dass die Konjunktur irgendwie überhitzt gewesen wäre. Trotzdem hat eine deflationäre Politik innerhalb weniger Jahre zu einem sehr, sehr starken Einbruch geführt. Also eine Politik, die auf Lohnsenkungen und auf Ausgabenkürzungen gesetzt hat. Also selbst in einem Zustand einer relativ normal laufenden Konjunktur führt eine deflationäre Politik halt zu einem Desaster. Und bei einer schlecht laufenden Konjunktur wäre das auch der Fall. Also ja, ich weiß nicht, wie der Blocktrainer hier zu diesen Behauptungen kommt. Wenn man die Deflationsspirale nach unten durchspielt, dass die Menschheit einfach in einem schwarzen Loch verschwindet. Wups, weg ist sie. Irgendwo muss sie ja ein Ende finden. Das ist natürlich nicht der Fall. Nein, das Ende ist gefunden. Das hat Keynes, also das ist jetzt eine theoretische Frage. Das Ende wäre theoretisch gefunden, sollte der Staat nicht eingreifen. Was ein irreales Szenario ist, da der Staat letztlich immer eingreift, um so eine Deflationsspirale früher oder später zu beenden. Der theoretische Punkt, an dem so eine Deflationsspirale enden würde, wäre der, wo die Ersparnisse der privaten Haushalte so gering wären, dass die dann immer noch sehr geringen Investitionen der Unternehmen von diesen geringen, also dass diese geringen Ersparnisse und diese geringen Investitionen Parität erreicht wird. Das wäre der theoretische Punkt, wo so eine Deflationsspirale an ein Ende gelangt würde. Und das wäre eine vorkapitalistische Wirtschaft, wo die privaten Haushalte fast ihr gesamtes Einkommen, was sie ausgeben, sofort verkonsumieren. Also wo die Sparquote der privaten Haushalte extrem, extrem gering ist. Aber wie gesagt, dieser theoretische Punkt, also das 18. Jahrhundert, um es jetzt mal zeitlich zu fassen, dieser theoretische Punkt, der wird natürlich nie erreicht. Entweder, weil so eine Deflation zu positiven Effekten im Außenhandel führt, da die Importe einbrechen, oder weil der Staat halt mehr Geld ausgibt. Also entweder der Außenhandel oder der Staat führen irgendwann zu einer Belebung der Wirtschaft. Also der Staat, es ist tatsächlich der Deflationsspiralen, historisch immer beendet hat. Früher oder später. Das haben wir ja unzählige Male schon Artikel gezeigt und auch unzählige Quellen gezeigt, dass gerade zu Zeiten von deflationären Geldstandards, oder vor allem sehr harten Geldstandards, die Innovationen größer waren, das Wirtschaftswachstum größer war und so weiter. Das ist Unsinn. Also er meint hier das, oder er meint hier das Bretton Woods System. Das müsste er dann aber historisch genauer ausführen. Das Bretton Woods System war kein sehr harter Geldstandard. Das Bretton Woods System war geprägt von extrem niedrigen Zinsen und einer sehr hohen Steigerung der Geldmenge. Also trotzdem war die Inflation relativ niedrig. Das stimmt. Aber das lag nicht am Goldstandard. Das lag am hohen Produktivitätswachstum und einer vernünftigen Lohnpolitik. Aber die Zinsen damals waren extrem niedrig. Die waren viel weniger restriktiv, als sie es heute sind. Relativ gesehen natürlich zum nominalen Wirtschaftswachstum. Und so weiter. Also von daher auch hier keine Evidenz. Super spannend. Interessant ist auch John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ist, wie soll man sagen, der Urvater der heutigen Ökonomie, wie wir sie hier praktizieren. Nein, ist er nicht. Also die wichtigsten von Keynes Grundgedanken wurden in so Gleichgewichtsmodelle gepresst, die Keynes Grundgedanken überhaupt nicht richtig wiedergeben. Also das ISLM-Modell geht beispielsweise, das ISLM-Modell verfälscht Keynes Annahme, dass Investitionen und Nachfrage miteinander korreliert sind komplett. Also eigentlich geht Keynes davon aus, dass wenn die Nachfrage sinkt, dann haben die Unternehmen auch einen Anreiz, weniger zu investieren. Was bedeutet, dass dann die Investitionen sinken müssen. Das ISLM-Modell entkoppelt aber Nachfrage und Investitionen voneinander. Beispielsweise. Also das ist nicht die Ökonomie nach Keynes. Das ist schon eine Verfälschung von Keynes. Und ja, wenn man dann die ganzen neoklassischen Modelle dazu nimmt, die heute geleert werden, dann bleibt von Keynes wirklich gar nichts mehr übrig. Es ist quasi das, woraus alles andere abgeleitet ist und am Ende auch die MMT-Idee abgeleitet ist. Nein, nein. Ja, die MMTler, die beziehen sich sehr stark auf Keynes. Aber nein, die Ökonomie, die heute geleert wird, das ist fast nur Neoklassik. Mit ein paar Formeln, die Higgs meinte, aus Keynes ableiten zu können, die aber so die, ja wie gesagt, das, was Keynes eigentlich meinte, komplett verfälscht. Und das Spannendste ist aber, dass ganz viele Ökonomen so tun, als wenn John Maynard Keynes kein Freund von Inflation war. Dem ist aber nicht so. Er ist in vielerlei Hinsicht sogar als der... Nein, also mir ist kein Ökonom bekannt, der so tut. Natürlich ist er ein Freund von Inflation. Er erklärt wirklich über Dutzende Seiten hinweg, warum Inflation für das Investitionsklima besser ist als Deflation. Also schon wieder ein Strohmann. Argumentier doch gegen die realen Ideen von Keynes. Er hat doch ein sehr langes Buch geschrieben, die General Theory. Da steht sehr viel drin. Da steht auch einiges drin, was ich kritisieren würde. Beispielsweise das feste Geldmengenangebot, was so nicht existiert. Aber ja, kritisiere doch die realen Ideen von Keynes. Inflationsguru eingesetzt worden in zum Beispiel Kriegssituationen oder hat auch damals, als die Bank of England zusammen mit dem Schatzamt und dem Staat die Kriegsanleihen verkauft hat und diese nicht verkauft wurden und dann mit gedrucktem Geld gekauft wurden und man so getan hat, als hätte die Bevölkerung das gekauft. Ja, alle hatten Bock auf Kriegsanleihen. War aber gar nicht so. Das ist ja erst 100 Jahre später rausgekommen. Und John Maynard Keynes hat diesen Akt als eine geniale Täuschung des Bürgers bezeichnet. Also er war nicht der Feind der Inflation. Vielmehr kann man schon fast eine Böswilligkeit unterstellen, insbesondere wenn man... Ja, jetzt geht es darum, die Person Atominem anzugreifen. Schäftige dich doch mit den wirtschaftlichen, mit den ökonomischen Ideen von John Maynard Keynes, anstatt da jetzt, ja, die Person zu versuchen zu diskreditieren. Wenn man solche Zitate liest, Achtung, hört mal zu. Lenin soll, das hat John Maynard Keynes in Essay in Persuasion gesagt, Lenin soll erklärt haben, dass der beste Weg, das kapitalistische System zu zerstören, darin besteht, die Währung zu entwerten. Doch durch einen kontinuierlichen Inflationsprozess können die Regierungen heimlich und unbeobachtet einen großen Teil des Reichtums ihrer Bürger konfiszieren. Mit dieser Methode konfiszieren sie nicht nur, sondern sie konfiszieren willkürlich. Während der Prozess viele verarmen lässt, bereichert er tatsächlich einige wenige. Ja, so pauschal stimmt das nicht. Wie gesagt, es kommt aufs Zinsniveau an. Wenn die, ähm, bei positiven Realzinsen, bei Zinsen, die über der Inflation liegen, da passiert das tatsächlich nicht. Bei negativen Realzinsen passiert das, aber negative Realzinsen kann man bei jeder, also bei fast jeder möglichen Inflation haben. Es sei denn, die Inflationsraten sind negativ, dann geht das tatsächlich nicht. Das ist unglaublich spannend. Das hat er so gesagt und ist zu diesen Zeiten eingesetzt worden, um derartige Inflationsmodelle für Staaten auszuarbeiten. Das ist böswillig. Das ist einfach nur böswillig, die Gesellschaft zu enteignen, um einige wenige monetär zu bevorteilen. Hier steht übrigens... Könnt ihr jetzt auch irgendwelche Zitate von Hayek raussuchen, um ihn zu diskreditieren, aber das lasse ich an der Stelle mal. Einige, wenn ihr euch das Originalzitat, das steht hier drin liest, steht halt Sum, ja, also einige wenige, würde ich es korrekt übersetzen, ja. Aber, ähm, trotzdem, ist das nicht unglaublich? Und, dass das... In welchem Kontext ist das Zitat gefallen? Du erklärst uns gar nicht, woher das Zitat hier kommt. Du versuchst einfach, Keynes als böse Menschen darzustellen. Also, was ist das hier? ...einfach Teil unserer ökonomischen Realität ist, der wir alle hier inne wohnen, da muss man doch wirklich auch jemand, der derartige Methoden vertritt, also der sich für Inflation positioniert, der muss das doch wissen, der sollte das wissen und der sollte sich doch fragen, ob er wirklich Teil eines so zivilisationsschädigenden Prozesses sein möchte, ob er sich... Googelt einfach mal Pinochet, Hayek und Friedman an der Stelle. Für diejenigen, die sich... Ehrlich, dieses Moralische sich auf eine höhere Stufe stellen, wie geht das so auf den Geist? Also, das sieht man in allen politischen Lagern, die Libertären, die beherrschen das wirklich auch perfekt. Also, guckt mal, wie böse die anderen sind. Keynes hat ja mal in einem Zitat was gesagt, wann er das gesagt hat, okay, er hat das jetzt in den Essays in Pers... ...warte... ...Persution gesagt, also... Keine Ahnung, die kenne ich tatsächlich nicht. Aber... Ja. Das wird jetzt einfach nur genutzt, um ihn moralisch abzuwerten. Also... ...sich wirklich für einen derartigen lebensfeindlichen Prozess positionieren will. Da muss man einfach mal wirklich in sich gehen und sich das fragen. Das ist schlimm. Das ist katastrophal. Und diese Dinge werden gemacht. Und diese Dinge wurden gesagt. Und auf Basis von Leuten wie John Maynard Keynes haben wir heute eine Ökonomie aufgebaut. Natürlich in abgewandelter Form. Keine Frage. Aber da kommt das alles her. Das ist wirklich unglaublich. Wir zitieren ja auch nochmal Maurice Höfgen, den MMT-Vertreter, der es in einer TV-Debatte sehr gut und treffend gesagt hat, Bitcoin wäre eine Katastrophe für uns. Wenn wir jetzt den Euro aufgeben und Bitcoin einführen, dann könnten wir uns die Kriege nicht mehr leisten, aber auch nicht den Krieg gegen den Klima. Ja, jetzt reißt es schon wieder ein Zitat aus dem Kontext. Mich würde mal interessieren, in welchem Kontext Maurice Höfgen das gesagt hat. Also ich sage mal so, mein Vertrauen, dass diese Zitate hier nicht grob verfälscht sind, das hält sich sehr in Grenzen. Klimawandel. Tja. Ja, Libertarismus ist nicht zivilisationsschädigend. Und das ist eben so spannend. Ich wusste gar nicht, dass wir gegen den Klimawandel Krieg führen. Also plötzlich bin ich irgendwie Teil in so einer Kriegsmaschinerie, von der ich gar nichts gewusst habe. Ja, vielleicht wäre es viel besser, statt Krieg zu führen, zu sparen. Also wenn wir irgendwie unsere Umwelt schützen wollen, dann doch eher mit einem bewussten und sinnvollen Umgang mit Ressourcen. Naja, und das könnte sich vielleicht dadurch ergeben, dass man hartes Geld hat, wo ein unbewusster Umgang mit Ressourcen einfach zu höheren Preisen führt und dich monetär bestraft. Also automatisch würde Bitcoin kommen. Ja, also eine wirtschaftliche Schrumpfung. Was er hier vorschlägt, ist die Growth. Das ist das zivilisationsschädigendste, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Libertarismus gab es noch nie, fragt gerade einer. Definiere Libertarismus. Also es gab wirtschaftliche Systeme ohne einen modernen Staat, aber da hatten wir auch noch keine kapitalistischen Volkswirtschaften. Kapitalismus ist nur mit Staat möglich. Also die Libertären, die können aber auch nie sagen, wie ihre Utopie dann aussehen soll. Also es soll Bitcoin geben als allgemeine Währung, wer setzt dann Bitcoin als allgemeine Währung durch? Keiner, keiner. Warum sollte der Bitcoin dann allgemeine Währung bleiben? Währung ist das, was das Gewaltmonopol will, dass es Währung ist. Und wenn der Staat nicht da wäre, würde sich ein anderes Gewaltmonopol bilden. Aber das ist jetzt eine theoretische Frage. Können zum Sparen anregen. Und das heißt, man müsste gar keinen Krieg gegen den Klimawandel führen. Man hätte gar keinen wahrscheinlich Klimawandel in der Form. Man hätte eine gesunde Ökonomie im Einklang zwischen Mensch und Natur. Nein, hätte man nicht. Also du hättest Staatszerfall, Wirtschaftsschrumpfung. Und danach würde jemand Neues an die Macht kommen, der die Scherben aufkehren dürfte. Umwelt und müsste sich auch gar nicht auf so ein hohes Rost begeben, wo man denkt, dass man politisch wirklich in der Lage wäre, wie auch immer, über das Steuern der Menschen am Ende das Klima zu steuern oder im besten Fall noch Krieg dagegen zu führen, ja, gegen die bösen Klimapanzer. So, und sehr, sehr spannend ist eben, dass er aber recht hat. Mit Bitcoin wären Kriege in der Form nicht finanzierbar, wie wir sie heute finanzieren. Doch, wären sie. Die Staaten würden einfach in einer, also wenn sie diesen Krieg finanzieren müssten, eine neue Währung einführen und dann damit den Krieg finanzieren, beispielsweise. Oder sie würden die Bitcoin der Bürger konfiszieren und dann damit den Krieg finanzieren. Also doch, wären sie. Der Staat hat ein Gewaltmonopol und er kann sich letztlich die Ressourcen, die er braucht, um einen Krieg zu finanzieren, immer herbeischaffen durch dieses Gewaltmonopol. Ich frage mich, was ist schlecht daran? Auch interessant ist, dass die Großbank Morgan Stanley, und ganz ehrlich, die Großbanken sind wirklich nicht unsere Freunde, aber selbst die sehen die MMT mittlerweile sehr, sehr kritisch. So schreibt die Großbank Morgan Stanley in einem Artikel über MMT, aus unserer Sicht ist die MMT ein riskantes ökonomisches Experiment. Ja, so würde ich es auch bezeichnen. Es erhöht die Größe des Staates und dessen Rolle in der Wirtschaft. Trotz der überwältigenden historischen Evidenz dafür, dass Regierungen dazu neigen, ein ineffizienter Kapitalnutzer als der Privatsektor zu sein. Dafür gibt es keine historische Evidenz, ganz im Gegenteil. Also erstmal zur ersten Aussage. Die MMT ist kein riskantes Experiment, sie beschreibt einfach die Realität, so wie sie gerade aussieht. Die MMT beschreibt das real existierende System, was wir haben. Sie beschreibt nicht irgendein Experiment, was die Regierung eingehen soll. Aber wir haben doch in den letzten Jahrzehnten deutlich gesehen, wie der Anteil des privaten Finanzsektors an der Wirtschaftsleistung deutlich ausgeweitet wurde. Wie Banken dereguliert wurden, wovon auch Morgan Stanley massiv profitiert hat. Und haben die damit, haben die durch ihre steigende Bedeutung in der Wirtschaft dafür gesorgt, dass das Wirtschaftswachstum gestiegen wäre? Nee, das Wirtschaftswachstum ist gesunken. Die Unternehmen sind mittlerweile netto sparen. Die Investitionstätigkeit ist deutlich gesunken, als die Bedeutung des Finanzsektors ausgeweitet wurde durch die ganzen Deregulierungen, die wir seit den 80er Jahren erlebt haben. Das Wirtschaftswachstum ist deutlich gesunken. Und wenn man das jetzt mit den 50er bis 70er Jahren vergleicht, als die Rolle des Staates in der Wirtschaft wesentlich größer war, als die Staaten wesentlich mehr ins Marktgeschehen eingegriffen haben und als die Finanzmärkte deutlich regulierter waren, da war das Wirtschaftswachstum wesentlich höher. Sowohl in den USA als auch in Westeuropa. Richtig, Punkt, ja. Der Staat ist ein ineffizientes Organ. Und wenn wir dem die hundertprozentige Kontrolle über das Geld geben und eine hundertprozentige vom Staat ausgehende... Es gibt nur eine hundertprozentige Kontrolle des Staates über das Geld. Etwas anderes gibt es nicht in kapitalistischen Volkswirtschaften. ...Planwirtschaft machen. Dann wird genau das... Nein, und das ist auch keine Planwirtschaft. Alle Marktwirtschaften, die wir seit dem 18. Jahrhundert erlebt haben, basieren darauf, dass der Staat erstmal das Währungsmonopol hat. ...passieren, was immer schon im Laufe der Menschheitsgeschichte passiert ist, wenn wir das getan haben. Die Zivilisation wird zerbrechen. Menschen werden verhungern, Familien werden zerbrechen, Menschen werden sterben, Bürgerkriege werden ausbrechen. Es geht alles unter. Der Wohlstand wird vernichtet, Wissen wird vernichtet. Das will keiner. Ja, das passiert, wenn staatliche Strukturen zerfallen. Das würde in so einem libertären Utopie quasi sofort passieren. Dass sich dann, wenn es kein Gewaltmonopol mehr gäbe, alle darum streiten, wer das neue Gewaltmonopol stellt. Also das wäre die letzte Konsequenz von der libertären Ideologie, sollte sie jemals Anwendung finden. Und die Geschichte ist voll damit. Und nur, weil ein paar moderne Vertreter modern hinter diese fatale Theorie schreiben und hier und da sagen... Also Keynesianismus, wie gesagt, wie Keynes es vorgeschlagen hat, mit einer tatsächlichen Politik, wie Keynes sie vorgeschlagen hat und nicht mit aus dem Kontext gerissenen Zitaten, was er hier gemacht hat. Also mit steigenden Löhnen, einem Steuersystem, was die Reichen mehr besteuert und die Armen weniger besteuert, einer niedrigen Zinspolitik, also niedrigen Zinsen, die Investitionen ermöglichen. Der Keynesianismus hat in dieser Form zu den höchsten Wachstumsraten in den westlichen Industriestaaten gesehen, wie wir geschichtlich erlebt haben. Also es gab niemals höhere Wachstumsraten als in den 50er, 60er und 70er Jahren. Oder in den USA in den 50er und 60er Jahren. Also die Empirie, die ist hier ziemlich eindeutig. Eine neoliberale Wirtschaftspolitik, laissez-faire-Liberalismus, führt zu wesentlich geringeren Wachstumsraten als eine keynesianische Politik und führt auch zu größerer Instabilität des Systems. Also die Weltwirtschaftskrise 2008, die ist nach drei Jahrzehnten neoliberaler Deregulierung ausgebrochen. Nachdem man die Finanzmärkte dereguliert hat, nachdem der Staat meinte, sich überall zurückhalten zu müssen, nachdem die Steuern für die Reichen massiv gesenkt wurden, die Weltwirtschaftskrise 1929 ist ausgebrochen nach einer langen Zeit, in der die Vermögensungleichheit in den USA immer weiter gestiegen ist, wo die Reichen immer reicher geworden sind, wo die US-Regierung sich aus dem Wirtschaftsgeschehen weitestgehend herausgehalten hat, wo die Wall Street immer mächtiger geworden ist. Da ist die Weltwirtschaftskrise 1929 ausgebrochen. Also solche vergleichbaren Krisen gab es in der Ära des keynesianismus nicht, da eine keynesianische Wirtschaftspolitik zu einem hohen Wirtschaftswachstum führt, eben auch dafür sorgt, durch die streng geregte Urlehrung der Finanzmärkte, dadurch, dass die Ungleichheit im Zaum gehalten wird, eben auch dafür sorgt, dass solche Finanzblasen nicht so extrem aufgepumpt werden. Wir haben es einfach noch nicht richtig gemacht, noch nicht richtig ins Extreme gespielt, heißt das noch lange nicht, dass das deswegen für die heutige Zeit einen anderen Ausgang bedeuten würde. Ja, und um ehrlich zu sein, wir können es drehen, wie wir wollen. Bitcoin wird eh nicht mehr verschwinden. Und die Nationen, die auf Bitcoin setzen, werden dadurch am meisten profitieren, am besten profitieren. Und das heißt nicht, dass sie für ewig und immer die Vormachtstellung und die Bitcoin-Größen sein werden, die nicht mehr anfechtbar sind. Nein, sie werden den ersten Vorteil haben. Aber auch danach wird jeder, der sich für Bitcoin entscheidet, an eine harte Ökonomie, an ein hartes Geld geknüpft. Du musst effizient sein. Jede Nation, die so ein Experiment wagen würde, würde sich selbst komplett ruinieren. Also das wäre ein einziges Desaster. Nur sollten wir uns Bitcoin vielleicht nicht... Und falls jetzt irgendjemand mit El Salvador kommt, El Salvador hat jetzt während den US-Dollar, nicht den Bitcoin. ...verschließen und vielleicht sollten wir dem Staat nicht eine so übermächtige, so ein übermächtiges Machtinstrument in die Hand legen, wie das Geldsystem in dieser Form vor allem ans Ende gespielt, wie die MMT das Wort. Weil was passiert, wenn dann der... Nein, die MMT beschreibt die Realität. Der Staat hat diese Kontrolle schon. Man nutzt sie nur nicht, weil gerade ein neoliberales Paradigma überall tonangebend ist. Also man bräuchte halt Leute, die verstehen, wie das Geldsystem funktioniert und die es dann zum Wohle der gesamten Volkswirtschaft einsetzen. ...haltiges Geldsystem in die Hände totalitärer Herrscher gerät. Wie wehrt sich ein Volk gegen ein solches System? Die Antwort ist ganz einfach, gar nicht. Und von daher ist Bitcoin die Alternative dafür und... Nein, es gibt diese Alternative nicht. Es gab nie ein anderes System, es gibt nur dieses System, was wir jetzt haben. Die Freiwilligkeit, sich gegen so ein übergriffiges Staatssystem wehren zu können. Und ich denke, dass Bitcoin auch gerade zunehmend zeigt, dass immer mehr Menschen verstehen, dass Bitcoin auch für Staaten nicht wegzudenken ist. Hier nochmal als Verweis auch auf den Artikel, über den ich berichtet hatte, den der Vitali Katze-Nelson in der Financial Times veröffentlicht hat. Einfach, weil der ja auch nochmal zeigt, Bitcoin ist nicht wegzudenken und ganz viele politische Größen erkennen das mittlerweile und sagen sogar, wir brauchen Bitcoin in unserem politischen Rahmen für unsere Nation, weil wir festgestellt haben, das knüpft uns nicht nur an harte Ressourcen und an einen vorsichtigen Umgang mit unserem Geld. Es löst so dann auch unsere Staatsproblematik und unsere Steuerproblematik, also die Verschuldungsproblematik der Staaten. Ich hoffe, dass ihr für immer... Ja, kein Staat hat das gemacht. Also, Schlusswort, kommt da noch irgendwas Interessantes? Ja, scheint hier noch ein bisschen Werbung zu machen. Ja, ja, was soll ich sagen? Schlechtes Video. Er hat sich natürlich nicht mit den Ideen von Keynes beschäftigt. Das wäre ja noch schöner, wenn man intellektuell aufrichtig wäre und tatsächlich auf das eingehen würde, was die andere Seite sagt, sondern irgendwelche Zitate aus dem Kontext gerissen, um die anderen als böse Menschen darzustellen. Das ist eine Diskursstrategie, die wir kennen. Braucht man eigentlich nicht mehr viel zu zu sagen. Traurig, dass er damit leider so viele Leute erreicht, aber ja, was soll man machen?